Dabei, so behaupten die Weißhelme, hätten sie nach einer Attacke Chlor geroffen. Die zivile Organisation rettet Menschen nach Luftschlägen oder Artillerieangriffen aus den Trümmern ihrer Häuser. Die Weißhelme kooperieren in den Gebieten der aufständischen Mith-Islamisten-Milizen. Diese Bilder sollen die Opfer des vermeintlichen Giftgasangriffes zeigen. Die Weißhelme kooperieren. Die Weißhelme kooperieren.